Hier ist die Tür, kann ich noch mal heilen gehen, war nicht nötig, aber trotzdem und Remilia, servus. Hat auch lang genug gedauert. Oh, oh, oh. Boss, boss, boss. Lord of the Sky Damage, Remilia would like to duel. Suck with Influencer, oh god. Oh, shit. Möhnchen was Lazy Mist, mach. Lost Crisis. Auch eine Powers Rakuya. Die haben schon angefangen mit dem Zeug. Aber du kannst kein Feuer ab. Das hält die Glocke aus. Sack, sie siegt. Floundre. Du bist... Dark gleich. Ich glaube, der Stil kann Dark Zimikos aus. Was darf, ja? Aua. Das ist wie Floundre. Ah, du hältst Zimikos aus, meine Liebe. Autsch. Und sie ist fucking schnell. Ich hätte da, glaube ich, ne gewisse Resistenz. Aber schauen wir mal. Plystorm. Panicard? Rutsch. Einfach... Ja. Zuerst, ich wollte bei einem Schlag, müsste sie überleben. Ja. Oh, das war gut. Und Power-Typ. Overtax-Trike, damit ich zumindest ein bisschen was reinrichten kann. Also, ihr könnt es nicht sehen, aber ich hatte gerade den Mund ziemlich well offen. Holy shit, Hammer Time. Das war... Ziemlich, ziemlich gut. Und Tegel hat noch ein Skill. Sie ist auch verblüfft. Gut. Nö. Oh, das ist ja so schicksalsmäßig. Wie viel... Ey, wie soll ich zu den Bergen gehen? Oh, da ist noch eine Tür. Irgendwie habe ich Schiss, dass ich da jetzt weitergehe. Ich bin gleich nicht da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 040er. Aber Hammer Time hat ja extrem geschreddert. Okay, sie hat den Quarz-Harpin, aber... Holy shit. Bin stolz drauf. Ähm, sieht er auch welche? Hat nicht. So, schnell heilen hier. Ich bin stolz. Ich mach kurz was. Okay. Alles okay. Äh, ja. Oh. Fate. Äh, wood. Ich kriege jetzt schon Meisterball, was? Wow. Und nach Remilias Raum plündern? Kann ich mit über Flaune reden? Moment, Moment. Was ist ein Namnbewerter Wut? Wie willst du Marma Mima nennen? Aha, also falls mir irgendetwas cooles einfallen wird, ich komm zu dir. Was ist mit Flaune? Aber ich glaube, ich sollte Flaune noch gar nicht begegnen. Sie wird nicht. Ähm. Sinnlich zu mich zu legen. Jetzt bin ich froh, dass es nicht ist. Äh. Was ist denn eigentlich hier? Also Haupt- und Main-Enturance. Das war eigentlich der eine und dasselbe. Nur in zwei verschiedene Sprachen. Ja. Moment mal. Ach so komm ich hier rein. Und raus hier. Meine Liebe, ich war schon die ganze Zeit da drinnen. Oh Gott. Jetzt mach ich mit dir kurz kurz Prozess, so sieht's aus. Tschüss. Ich glaub, Kampfecher mögen da kein Wind, weil Wind repressiert den Flug. Okay. Ja. War ich. Ich hatte recht. I am the best. Oh yeah. Also ich hätte... Ja gleich wieder eingeschaut. Äh. Das bist du nur für eine Wache. Aber du wärst ne super Partner ähm. Ähm. Mit Komachi. Ähm. Mit Komachi. Mit Komachi und so. Ohhhh. Down here go down to the... Ahhhh. Tschüss. Kommt so schnell wie sie geht und umgekehrt. Oh, kein... Aber was ist mit Flandre? Nein. Ich lasse Flandre in Ruhe, weil sonst... Ja. Die wird mich 100 Brot zerlegen. No doubts. Kein Zweifel. Ich frage mich, wann ich so einen Trümmerer kriege. Ich müsste eigentlich zum Berg, aber irgendwie kommt das genau aufs andere hinaus. Sind jetzt... Doofuck. Ich hätte genau lesen sollen, was sie meint. Kleine Republik, keine Republik. Puh. Das war irgendwie so ein komischer Ort. Moment mal. Das war doch hier, oder? Da ist ein Schild, oder? Komm, ich wünsche mir beim Fernsehen so es denn raus. Da gibt es an der Brun auch irgendein Schild. Ich habe das komische Zeichen, das wir uns ja schon mal gelesen. Oh, der Brun. Wo hab ich das mal denn? Wo hab ich das noch gelesen? Ähhhhh. Nicht hier. Da geht es zum Bamboo Forest. Da ist die Sackgasse. Ja. Boah, scharf nachdenken. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich glaube, ich gehe noch... Ja, ich glaube, ich kann mich dann besser orientieren. Was war das krass? Okay noch habe ich... Moment habe ich nicht den Map. Ich hab doch... doch ne fucking map bruder hat die Puppetbox beißt nicht battle skills fuck can i think Ich muss kurz nachdenken. Wo war das nochmal? Achso. Ne Höhle, sagt sie. Wer geht zum Wald? Wo habe ich nicht gelesen? Moment mal. Ich glaube ich weiß wo. Äh, da war doch so schuldig. Hier, das alte Menschen. Gehen wir nach links. Wow. Ich halte mich einfach. Wo kommst du auf einmal her? Wie ist es? Mischius Kappa. Oh, perfekt. Ja, blazing Mist. Ja, blazing Mist. Hm. Na klar, Nitori. Es ist confined nochmal. Achja, Para. Äh, Nightwing. Puste ich weg. Also das, das ist nicht so fast ziemlich stark. Aber Paulus, sie könnte mir noch ziemlich helfen. Später mal. Hm. Gehen wir nach oben. Achso, die Barriere, die mich aufgehalten hat. Oh, interessante Wimix. Servus. Oh. Warum lässt du das an mir aus? Das ist nicht fair. Wer nervt da? Okay. Puff. Ich glaub, du bist... Hm? War da nicht was? Jo. Tschüss. War nett. Go. Minya. Minya. Ich puste dich weg. Wellen. So, so. So, so. Aber was ich mich frage? Was gibt's hier? Okay. Das war klar. Das gibt ja überall nach. Das gibt ja überall nach. und ich habe einen Platz frei. Hallo, ich habe sie letztes mal nicht benutzt. Diesmal wird sie wieder mein sein. Sie ist immerhin mein Lieblingscharakter. Also mein größter, also mein, naja, Hasscharakter ist ja TV, wie kann ich ihn jetzt nennen? Also mein schwerster Gegner und mein Lieblingscharakter. Wer sich noch ein tot Puppetplayer erinnert, der weiß, warum ich sie so nenne. So, schauen wir uns die gleich mal an, die werte Dame. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Rare Encounter war. Sie ist Water Meaver in the Blue? Wow. Also sie ist ein Lahmarsch. Oh, das war eh klar. Aber der Rest... Jetzt ist wieder die Frage. Was hieß sie genau? Mein Dürrens. Also... Also Speed habe ich sie mal vergessen. Also ich habe... Wo Speed habe ich jetzt? Ähm, mal gucken. Hp hast du? Hp hast du UV? Oh nee. Ich glaube das sind... 68 kp? Ich find's... Das sieht so aus, als wie sie sich am Arsch kratzen. Mit ihrer Sense. Was ist das? Was ist das? Stil? Äh... Fokus Attack S0 hast du 40. Fokus Defense hast du QX 29? Ja. Ja, hast du 30. Bist du ein... Du bist ein physischer Angreifer und ein Special Tank. Ah, das ist interessant. Ja. Grace of Water when hit by water types. Ah, cool. Ähm... Ähm... Water Absorber zu... H2 Absorber. Als eine Fähigkeit. Das haben wir wieder. Glaubt du erst. Das ist Fluch. Ähm... Apparition Warning. Zum Fakt. Wigness. Und der opponent. Was war Wigness nochmal? Genau. Wigness... Aha... Ah... 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 Ich hatte das mal... Wigness... 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 Wich... Bich... the bomb. Wow... Z전k... Wigness... Ich sit darauf an... ... ... Ach... , wir ja... besuchen Sie, tactic. Gattie kann sich da nicht heilen. Die... Die pf. came... ent... Man meditate. das ist was ich nicht auf der frage was kannst du noch kannst du jetzt nicht aber ich lerne ja dann